sprechen wir über network marketing firmen in den usa es gibt hier zwei neue trends die ich dir erzählen möchte trends die du die auch du bald nutzen kannst mit facebook und die in den usa bei den network marketing firmen für viel viel umsatz sorgen schön dass schön dass du da bist hallo ich bin der willi und ja ich komme aus dem network marketing im siebten monat war mein monatsumsatz 210.000 euro das nur mit facebook nur online wenn du wissen möchtest wie das geht unterhalb von diesem video findest du meinen gratis kurs 110 vertriebspartner in 30 tagen gut lassen starten punkt nummer eins was machen network marketing firmen in den usa derzeit ein wahnsinns trend sind sie sogenannten reels ich hoffe du kennst sie ich denke tik tok wird immer sagen tik tok kurzvideos jetzt gibt es die reels das ist sozusagen das tik tok format auf instagram oder auf facebook und einer der andere hat das schon genutzt aber was ist der neue hype dahinter der neue hype dahinter ist dass die reels nun bei google gefunden werden und das ändert völlig die kurzvideos auf tik tok musst du dir vorstellen du kennst es wahrscheinlich du sitzt da mit deinem handy und es wird dir vom algorithmus werden dir videos vorgeschlagen aber du suchst nicht aktiv danach stell dir vor die gleichen kurzvideos gibt es auf google jemand sucht aktiv nach network marketing zum beispiel auch nach network marketing firma nach deiner und erfinde dich auf google der vorteil ist hier ein kurzvideo zu erstellen ist sehr sehr einfach geht sehr sehr schnell und das ist wirklich derzeit ein wahnsinniger trend in den usa trend nummer zwei bei den network marketing firmen in den usa sind sogenannte long form postings also ich denke die online welt hat sich vor einigen jahren verändert schon länger her durch blog post also wo man in google gefunden wird indem man viel viel text schreibt in blogs mittlerweile ist es sehr schwer bei google mit einem blog gefunden zu werden weil google misst die beliebtheit und deine webseite oder meine hat natürlich nicht so eine beliebtheit wie facebook aber jetzt gibt es eine neue funktion und die sorgt eben in usa für furore bei den network marketing firmen und zwar kannst du einen long form post erstellen das ist wie ein blog post aber in deiner gruppe und wenn du das erstellst dann hat gibt sie eine eigene rubrik in deiner gruppe und du wirst bei google gefunden kommen wir gleich zu punkt nummer drei wie kannst du das jetzt alles nutzen ich habe dir einen gratis kurs vorbereitet er dauert zwei stunden und acht minuten und da erkläre ich dir genau wie du diese beiden neuen trends die aus den usa kommen auch für deine network marketing firma nutzen kannst schön dass du da bist viel erfolg rock it ciao ciao bye bye